herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video auf unserem kanal sofort und gleich so leute epic games hat uns einen creator code gegeben ihr könnt eintragen unten rechts im item shop sofort u gleich ttv dann auf annehmen drücken das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen b-back drauf sondern unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video so leute gehen in einem shop vom zehnten achten 2009 10 wir haben einen neuen emotes war es und dann haben wir von gestern noch die knochen wir fangen an mit hier gewitter gewitter finde ich mega cool gesungen bitte an den rand und drehen mal so ein bisschen mega geiles teil kriegt von mir auf jeden fall 10 von 10 15 hier auch eine benotung von 3,9 125 bei 53 wo zum ersten juni 2019 shop gewesen seitdem viermal und 29 mein dass dann kommen wir dazu zu blitz blitz finde ich ganz auch ganz nah ist ein bisschen aus wie so ein star trek skin suma auch mal an die ran ich finde ich sieht sogar ganz gut aus kriegt von mir 7 von 10 von mir auch wenn du eine benotung von 4,1 25 bei 30 wo zum ersten juni 2019 job gewesen seitdem drei mal und 33 wie man das dann kommen wir zum sturm blitz ich finde ich sieht ganz nah ist aus auf 7 von 10 8 von 10 3,9 65 bei 24 wo zum ersten juni 2019 im shop gewesen seitdem vier mal und zwei dann kommen wir zum sturm auge mega krankes teil finde ich mega krankes teil 10 von 10 eine benotung von 4,155 bei 27 wo zum ersten juni 2019 im shop gewesen seitdem vier mal zwei mal das das hast du nicht dann kommen wir zu fliedermausi asimodeus ja ist okay jetzt nicht der oberknaller so mal bitte an den ron zwei verschiedene styles hier kriegt von mir 7 6 von 10 6 von mir 7 von 10 zwei mal 5 7 von 5 bei 23 wo zum ersten mal am 18 juni 2019 im shop gewesen seitdem vier mal und 13 reminders so dann kommen wir zum karl ist so finde ich ganz ganz gräuselig das teil kriegt von mir vier von zehn so mal an die ran mit ihren fledermaus ohren da und das sind ja so kleine lautsprecher und von mir die fünf von zehn karl ist 835 bei 23 wo zum ersten mal 18 juni 2019 im shop gewesen seitdem zweimal und 33 mit mir das dann kommt zum doppelschläger den finde ich cool auch wenn er die falsche farbe hat drehen mal kurz ein bisschen da steht eliminate drauf teil kriegt von mir doppelschläger kriegt von mir sechs sieben von zehn sechs von zehn 2,91 25 bei elf wozu erst am 18 juni 2019 im shop gewesen seitdem dreimal und 19 dann kommen wir zu fliedermausi mega cooles teil erinnert mich halt an mario an das kasten damals kasten damals fliedermausi verachtender wie box auch noch finde ich ganz witzig das kasten ja und das ding kriegt von mir neun von zehn haben wir auch 2,4 35 bei 14 wozu erst mal am 18 juni 2019 im shop gewesen seitdem einmal und dreimal das hallo vergleich hallo so weiter geht's dann kommen wir zum set des vergessen schaden das haben wir ja schon mal schon werden wir können ja mal die die noten einblenden von ihr werfen 3,4 45 bei 16 wozu nach 20 gemein das dann knochenwespe die knochenwespe hat 2,7 95 bei 14 wozu und fünf gemein das und urstache hat eine benotung von 23 35 bei sechs und einem reminder und dann der gehörnte jäger hat eine blutung von 2,3 35 bei drei worts um einen reminder so dann sind wir auch mit dem set fertig dann kommen wir zum toxischen trooper dass die trooper den finde ich persönlich überhaupt nicht gut kriegt von mir vier von zehn von mir sieben von 5 15 wie wachs das teil 3,5 85 bei 33 wozu erst beim 18. mai 2018 im shop gewesen 11 mal und 39 für meiners dann kommen wir zum adler 8 von 10 mega cool das teil habe ich das damals nicht mal gekauft ein ist bisher als deinem account war das auf meinem also ja genau das ist ja meine count sorry ja kriegt von mir sieben von zehn der adler aber der müsste auch schon ewig nicht mehr drin ja sein ich denke mal mindestens ein halbes jahr guck mal 3,3 25 bei 28 wozu erst beim 30 juni 2018 im shop gewesen 11 mal zum ersten mal vor 170 tagen im shop gewesen am 91 februar 2009 also dann kommen wir zum dann kommen erst mal zum arktik assassinen 8 von 10 mega geil dass die 14 schneelandschaft hammer 4,25 bei 76 wo zum ersten mal am 19 januar 2018 im shop gewesen ist denn die 36 mal und 96 gemeint ist dann kommen wir zu turbulent turbulent klick mal und durch die modelle durch bitte finde ich sieht eigentlich ganz jahren sind neun von von mir auch weg 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 mit dem teil 4 von 5 bei 10 wo zum 3 gemeint das dann kommen wir zum lufthorn ganz schrecklich ich weiß du hast das ding glaube ich ja sogar gut um mich zu nerven ich weiß lufthorn für 200 wie wachs kriegt von mir 6 von 10 10 von 10 4,25 bei 10 wo zum 15 und zum ersten mal am shop gewesen ja am vierten februar 2019 der neue mode zahnseidenwirkler für 500 wie was ja wieder mal einen og mode die zahnseide kopiert jetzt vor kurzem war erst mit einem arm jetzt so ich verstehe nicht epic ist was natürlich für leute die jetzt zb damals keine zahnseide bekommen haben ist das natürlich super aber ganz ehrlich was soll das ist mal ähnlich entweder das original oder gar nix ja gut von drei varianten jetzt von floss ja gehen wir mal drauf dass man den sound noch mal hört da sprach der og spieler so ich finde den ich weiß nicht kriegt von mir 7 von 10 7 von 10 5 und 10 keine berufung 18 wie meint das wenn es euch gefallen dann lasst mir gerne ein duumen nach oben da schreibt was die kommentare aber den kanal ljusen und supporte kritik aus der folge der gdv bis dahin haut rein und tschüss